Das ist unser Rade vom Wald. Eine hochmoderne Metropole mit ikonischem Status. Mitten im oberbergischen Kreis. Das war dick aufgetragen. Unser Rade vom Wald ist eine beschauliche Kleinstadt. Und unser Rade vom Wald hat viel Schönes. Das jetzt nicht unbedingt. Aber dafür das. Und das. Und das hier auch. So sehen unsere Rade vom Wald da innen aus. Wir sind sehr sportlich in unserem Rade vom Wald. Bei uns im Rade vom Wald ist immer was los. Nicht immer. Aber oft. Unser Rade vom Wald ist ein wachsender Wirtschaftsstandort. Für Unternehmen jeder Größenordnung in den unterschiedlichsten Branchen. Und auch die ganz Großen sind in unserem Rade vom Wald zu Hause. Hier entstehen unsere neuen Gewerbeflächen. Unser Rade vom Wald mag eine Kleinstadt sein, aber mit kultureller Vielfalt. Das Museum für Asiatische Kunst ist nur eines von insgesamt vier Museen in unserem Rade vom Wald. Wir haben das Wölfing-Museum, das Heimatmuseum und das Bismarck-Zweirad-Museum. Wir haben moderne, neue Sportanlagen, ein Schwimmbad, ein Kino und viele idyllische Plätze und Angebote für ein bisschen Naherholung vor der eigenen Haustür. Hier entsteht außerdem unser neues Wohngebiet. Unsere Kinder lieben es, hier zu spielen. Hier kann man schön spazieren gehen. All das und noch viel mehr findest du nur in unserem Rade vom Wald. Hier ist ein 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 Rade vom Wald.